Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Einige werden sich da draußen noch erinnern, Anfang des Jahres sorgte Will Smith für einen Eklat bei der Oscar-Verleihung. Er wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet und verteilte eine Backpfeife. Nun, am Ende des Jahres hat Apple noch mal in seinem Fundus gekramt und einen Film herausgebracht, der damals auch schon abgedreht war und nun jetzt in die Kinos kommt, zumindest in den USA und hier nun in den Stream und damit geht es heute um Emancipation, wo keine Backpfeifen verteilt werden, sondern etwas noch sehr viel handfesteres. Wir konnten ihn vorab sehen, ihr wahrscheinlich jetzt dann auch schon zum Start auf Apple TV Plus und wir sind zum einen ich, der Dom und derst du nabend. Hallo zusammen. Bei Will Smith nennt sich der Esel tatsächlich mal zuerst. Zuerst, wer hätte er das gedacht. Ich werde damit umgehen. Genau, Emancipation, wir hatten ihn ja in unserer wunderbaren brandneuen Trailer-Show Trailerama, wo man sehr, sehr gerne reinschauen kann und ich gehörte zu denjenigen, welchen die Interesse hatten an dem Film. Du hast dem Ganzen ja nur so aus dem Regiekabinchen beigewohnt, aber sag uns doch mal, worum geht es denn hier? Ja, es ist die Geschichte vom Sklaven Peter, gespielt von Will Smith, der, ich glaube es ist so 1860 müsste es sein, halt von seiner Familie getrennt wird und soll woanders halt eingesetzt werden und ihm gelingt irgendwo in Louisiana die Flucht und sein Ziel ist es, sich der Unionsarmee anzuschließen, die halt eben gerade dabei ist, die Sklaven zu befreien, denn Sklaverei wurde als illegal erklärt, aber durch den Bürgerkrieg ist dieses Gesetz doch nicht überall rechtskräftig. Und so macht er sich halt eben auf den mühsamen Weg durch den Sumpf und hat halt eben Verfolger, allen voran einen Sklavenjäger gespielt von Ben Foster im Rücken mit seinen Bluthunden und vorneweg gibt es dann noch die Gefahren des Sumpfes und das ist im Grunde die Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Mhm, nicht nur einer wahren Begebenheit, sondern basiert auf einem ganz, ganz bekannten realen Foto, was gemacht wurde von, äh, diesem Peter. Gordon, soweit ich weiß, aber Gordon geht dann wahrscheinlich eher, also den Vor- und Nachname gehen wahrscheinlich zurück auf seinen Besitzer, äh, zu der Zeit. Das war ja so üblich, dass man dann, wenn die eingefangen wurden, dass man die dann sehr, sehr schnell, äh, dem Herren zuordnen konnte, das Eigentum. Äh, ja, und, äh, dieses Bild, ich weiß nicht, ich hab's schon mal irgendwo gesehen, also, äh, Whipped Peter heißt es ja tatsächlich, wo er dann da irgendwie auf einem Stuhl sitzt und einen, ja, komplett zerschundenen Rücken hat. Und, äh, das galt dann jetzt hier als, äh, Inspirationsquelle und Inspirationsquelle kann man, glaub ich, in sehr große Anführungszeichen setzen. Denn, äh, soweit ich weiß, hat das hier gezeigt mit der wahren Begebenheit, Begebenheit wirklich nur so in Grundzügen zu tun. Ja. Äh. Auf allem, also, ist das Bild weltbekannt und, äh, es ist so ein Bild, da schaudert's einen schon, wenn man das so sieht. Weil das ist ja nicht so, dass er ein paar Striemen hat auf dem Rücken, das ist ja wirklich, wie du gesagt hast, also, der Schunden trifft's eigentlich ganz gut. Ja. In der Beschreibung. Ist schon ein sehr unangenehmes Bild, das, äh, ja, bis heute eigentlich noch so präsent ist. Also, ich hab's tatsächlich auch schon mal irgendwo gesehen. Das ist so ein bisschen wie mit, ähm, ja, hier vom, vom Vietnamkrieg gibt's doch auch dieses ganz bekannte Foto, wo irgendwie nackte Kinder auf der Straße sind. Ja, ja. So eine ähnliche Ikonografie hat das, auch wenn das jetzt hier natürlich noch aus einer anderen Zeit stammt. Ähm, ja, was, was war denn so bei dir die Erwartungshaltung so anhand des Trailers auch? Ach, der, der Trailer hat mich so ein bisschen, ja, zwiegespalten zurückgelassen. Mhm. Ähm, ich hab halt, ich bin, oder anders ausgedrückt, ich bin nicht der größte Fan von Will Smith. Das hat nichts mit der Oscar-Slap zu tun. Ähm, ich mag ihn immer dann, wenn er einfach, sag ich mal, natürlich agiert. Also, ich, für mich ist ein natürlicher Will Smith den, den wir in Men in Black zum Beispiel kennen. Also, ein bisschen loses Mundwerk, ein bisschen auf cool. Ich finde, das ist eine, eine Art der Darstellung, äh, die ihm gut, äh, steht. Ich hab immer so ein bisschen meine Probleme, wenn er versorgt, äh, versucht, auf ernst zu machen. Ähm, also in Ali, finde ich, hat's wunderbar funktioniert von Michael Mann. Aber mein großes Problem mit Will Smith ist, jedes Mal, wenn er eine seriöse Rolle spielt, ich möchte damit jetzt nicht seine komödiantischen Rollen schmählen, der Gott bewahre, aber jedes Mal, wenn er so eine ernste Rolle spielt, wirkt das auf mich wie so dieses klassische Oscar-Bate. Und deswegen war ich da ein bisschen vorsichtig. Andererseits, ähm, der Film ist ja inszeniert, das haben wir noch gar nicht gesagt, von Antoine Fuqua. Und der ist ja wirklich ein sehr guter Handwerker. Also, der hat nicht nur gute Filme gemacht. Also, ich, äh, möchte da nicht erinnern an den Infinite mit Mark Wahlberg vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, aber der ist halt normalerweise ein sehr guter Handwerker. Und dann hab ich halt eben auch, äh, vernommen, dass das auch so eine Art Wunsch- und Leidenschaftsprojekt von Biden ist, also Smith und Fuqua. Ähm, ja, und dann halt diese Geschichte, dann spielt Ben Foster noch mit. Und, ähm, was auch ganz interessant ist, ähm, die Kamera führte Robert Richardson. Das ist seit langer Zeit der Stammkameramann von Cretton Tarantino und hat auch früher mit Oliver Stone gedreht. Also, es gab da mehrere Namen hinter der Kamera, die mich aufhorchen ließen. Ähm, mehr als der erste Trailer. Weil der erste Trailer suggerierte mir mehr so, okay, das wird jetzt halt wieder so ein Oscar-Bate-Film. Du hast ja schon gesagt, der Film war vor dem Oscars-Slap abgedreht. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich die Beteiligten auch erhofft haben, vielleicht da beim Oscar-Rennen nächstes Jahr mitzuwirken. Ähm, ich, ich meine, es kann sein. Ähm, es wird ja immer noch, äh, äh, es wird immer noch fälschlicherweise angenommen, Will Smith kann nicht für einen Oscar nominiert werden. Das ist falsch. Er hat nur zehn Jahre Hausverbot. Ähm, aber seien wir ehrlich, ich glaube, wenn dieser Film nominiert werden sollte, wahrscheinlich eher für technische Oscars, aber garantiert nicht für Will Smith. Ich glaube, das wird die Academy nicht machen. Wobei, das ist jetzt, äh, hat jetzt mit dem Film an sich nichts zu tun. Ich glaube auch nicht, dass er nominiert wird. Und, äh, ich muss sagen, also Oscar Bate, da hast du schon nicht unrecht. Der fühlt sich so ein bisschen an, es gab doch, glaube ich, vor ein paar Jahren diesen Birth of a Nation. Äh, ja. Und da würde ich den hier ehrlich gesagt, also so vom, vom, sage ich mal, Kalkül, äh, äh, des erhofften Oscar-Basses, da würde ich den durchaus neben hier einreihen. Was aber ganz interessant ist, weil du den erwähnt hast und ich muss dabei, als ich den Emancipation gesehen habe, auch an Birth of a Nation von 2017, wohlgemerkt, äh, denken. Ähm, der ja auch so einen Buzz hatte. Ich glaube, der hat, äh, seine Premiere damals in Sundance und Fox hat den, glaube ich, wieder richtig teuer Geld eingekauft. Und dann gab es ja diese Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Hauptdarsteller und den Regisseur. Ja. Ähm, sonst, sonst hätte der Film vermutlich auch so ein bisschen noch im Oscar-Rennen mitgemacht, wahrscheinlich, glaubt man. Ähm, und, also ich will jetzt nicht, ich will die Ohrfeige gegen Chris Rock jetzt nicht gleichstellen mit einer Vergewaltigungsvorwürfe. Bitte nicht falsch verstehen. Ja. Aber es ist schon ganz interessant, dass beide Filme relativ, relativ ähnlich sind. Ähm, aber dann halt eben, weil die Macher halt irgendwie scheiße gebaut haben, äh, sie damit dem Film geschadet haben. Ja, es ist aber, man muss auch sagen, äh, jetzt mal ehrlich, um, äh, mit einem, äh, Sklaven-Südstaaten-Drama irgendwie Oscars zu gewinnen. Das ist halt irgendwie auch schon, also das, das ist schon wirklich irgendwo nach Maß, weil es gibt nun mal wirklich alle paar Jahre solche Filme, äh, 12 Years a Slave war ja dann der große Bringer damals, äh, also der, doch Best Picture hat der, glaube ich, gewonnen, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber das gehört woanders hin. Wobei ich dann da sagen muss, im Hinblick auf Emancipation und da hatten, haben mich die Trailer persönlich dann auch ein bisschen irregeführt. Ähm, man kann sagen, was man will, aber es ist jetzt, also, klar, bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht schon, aber er zeigt durchaus in Teilen etwas, was man nicht so sehr in so typischen Sklaven-Dramen sieht, wie ich finde. Weil er zeigt ja gar nicht mal unbedingt so die, die Hochzeit, sag ich jetzt mal, wie man das in 12 Years a Slave oder auch in Django Unchained gesehen hat, sondern eigentlich ja das Ende und so diesen Ausklang und möglicherweise diese, ja, den, den Übergang in diese Phase, wo es ja dann noch den Teil der, äh, weißen Oberschicht gibt, der das einfach nicht akzeptieren will, was dann ja auch so, ja, irgendwann zum Ku Klux Klan dann führt, ne? Ja, stimmt. Also, die Zeiten, in der der Film spielt, äh, ist schon ganz interessant, weil gerade, äh, sag ich mal, für uns Europäer, die jetzt vielleicht mit der nordamerikanischen Geschichte nicht so bewandert sind, für uns klingt das halt immer so, okay, äh, Nordstaaten haben gewonnen und einen Tag später danach war die Slaverei abgeschafft, ne? Ist halt nicht so, ist halt nicht so einfach gewesen, ne? Ähm, also das, das, es ist schon, äh, eine interessante Geschichte, also sie ist unglaublich stark, äh, weil, wie gesagt, sie hat ja einen wahren Kern, ähm, aber, uh, und ich glaube, da fange ich jetzt vielleicht einfach mal an, so meinen ersten großen Kritikpunkt hier in den Raum zu werfen. Jo. Ähm, ich finde es ja wirklich ganz schön, dass sie versuchen, diesem Film diese Optik zu verleihen, er hat ja sowas ausgewaschenes, er wird ja oft als Schwarz-Weiß-Film verkauft, aber ist er ja nicht, die Farben sind nur so heruntergedampft, dass es fast aussieht, als gäbe es keine Farbe. Ja, das ist untersaturiert hoch 10, ja, wirklich. Und der von mir erwähnte Robert Richardson, der versteht auch sein Fach, nur dieses ganze, ich sag mal, Künstlerische, was da drin steckt, hätte der Film gar nicht benötigt. Ich finde, das, das ist so eine Art so, ja, ich sag diesen Begriff jetzt wieder, es wirkt so ein bisschen wie Oscar Bait. Ja, es wirkt irgendwie gewollt. Ja. Dafür steht dieses, dieses Color Grading auch irgendwie, äh, Pate, als hätte man dem Film irgendwie jegliche Art der anderen Emotion und, und irgendwie Farbe oder, oder sowas wie Nuancen entzogen. Und, ähm, das, das würde vielleicht funktionieren, wenn man es dann vielleicht auch so auf dramaturgischer Ebene, also, klingt zwar jetzt ein bisschen platt, aber von wegen, dass man auch moralisch vielleicht mal Graustufen zeigen würde. Das tut man aber nicht. Das Ganze ist ja eigentlich sehr klar eingeteilt in Gut und Böse hier, in Anführungsstrichen, würde ich jetzt mal sagen. Insbesondere, äh, äh, durch, äh, die Ben Foster-Figur, äh, die für mich tatsächlich einer der positiven Aspekte ist. Aber das war auch nicht anders zu erwarten. Also, Ben Foster, äh, hab ich ja, ach nee, den hast du nicht gesehen, The Survivor, ne? Gab es ja im Sommer, wo er, äh, da hat er ja irgendwie so ein Häftling im KZ gespielt, hat sich ja über, weiß ich, runtergehungert. Und, äh, wenn du ihn dann hier erlebst, äh, denkst du dann eher an seinen Auftritt in Todeszug nach Juma oder sowas, ne? Ja, also, diese Rolle, die er verkörpert, dieser, dieser, ich sag mal, dieser Jäger, ähm, äh, es ist jetzt ein bisschen unfair, aber es gab diese Serie von Baby Jenkins, The Underground Railroad von Amazon und da hat Joel Edgerton auch so einen Jäger gespielt und der hat das wesentlich besser gemacht, weil diese Rolle, dieser Jäger in Emancipation ist halt, wie ich schon gesagt habe, der ist auch böse, Punkt. Es gibt so diese obligatorische Szene, wo er seinen Monolog hält und erklärt, warum er findet, dass halt die Sklaven halt eben weiter Sklaven sein sollten, warum der weiße Mann über der schwarzen Rasse steht, bla, 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 bla. Ja, solche Leute gab es, solche Leute gibt es auch immer noch leider, ähm, aber es tut dem Film an sich nicht gut, weil, ob er jetzt Ben Foster, Will Smith da durch den äh, Sumpf jagt oder irgendein anderer Typ, ist es vollkommen egal gewesen. Ja. Und wegen der, mit der Farbe, ich verstehe schon, warum sie es auch gemacht haben so ein bisschen natürlich, weil da ist halt kein Platz für irgendwie Freude oder für Farbe dann allgemein, ja, aber dieser Film wirkt so ein bisschen so irgendwie so. gar nicht richtig greifbar dadurch. Das ist so, also der wirkt halt nicht lebendig, er soll nicht lebendig wirken, ja, aber irgendwie fehlte mir die Farbe dann doch, weil dieser Peter ja auch wirklich da einen Überlebenskampf aus, äh, ausfechtet. Aber so richtig mitreißend hat sich das für mich selten gestaltet und ich glaube, bei mir war es wirklich so, dass die Optik auch da zu großen Teilen Mitschuld daran war, dass ich mir das angeguckt habe und dachte, ja, okay, also ist das bestimmt nicht einfach, was er da macht, aber richtig mitreißen und fesseln tut's mich nicht. Das ist das große Problem, dass der irgendwie, ich meine, ich hatte ja gerade schon 12 Years a Slave in den Raum geschmissen und bei dem ist es ja so, dass der bewusst von, äh, wer hat den jetzt nochmal gedreht, nicht Barry Jenkins, sondern, genau, Steve McQueen, äh, der ist ja bewusst von Steve McQueen, äh, relativ nüchtern und distanziert inszeniert. Das mag da ja auch funktionieren, aber hier hast du zum einen diese Monochromo-Optik und, äh, so auch eine gewisse Distanz, aber zugleich dann auch Pathos, äh, bis ins Valhalla teilweise. Ja, und, ähm, also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von 12 Years a Slave, aber, ähm, diese Pathos-Szenen, in Anführungszeichen, verdient sich der Film. Ja, ja. Und davon ist jetzt Emancipation weitestgehend sehr weit entfernt und auch da kommt jetzt wieder dieses Oscar-Bait-Ding raus. Ich hab immer das Gefühl, wenn Will Smith da als Peter halt irgendwie seiner Frau oder anderen Mitsklaben versucht zu erklären, warum er jetzt ausbrechen will oder was er vorhat und warum er an die Freiheit glaubt, ähm, sind das gute und richtige und wahre Sätze, die er da spricht, aber halt, es ist halt so vorgetragen, dass ich nicht höre irgendwie, ich, ich mach das hier, um zu überleben, sondern dass er sagt so, ich danke der Academy, dem Gott und meiner Ehefrau. Ja, 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 als, als wäre die Dankesrede schon in den Monologen drin, ne? Ja, also, ähm, es hat für mich nichts Organisches, nichts Natürliches, was er da macht. Also, er spielt, wir haben ihn ja beide in der Originalfassung gesehen, ähm, er hat so einen ganz, ganz kräftigen, kreotischen Akzent, äh, das passt auch, weil ja seine Figur ursprünglich aus Haiti kommt. Genau. Ähm, aber es gelingt ihm einfach nicht, also zumindest für mich, nicht dieses Emotionale, ähm, zu vermitteln, weil dieser Peter, er ist ja eine sehr verbitterte Figur, was man ja auch komplett nachvollziehen kann. Aber dieser Kampf, den er da ausfechtet, lässt mich einfach wirklich komplett kalt. Und was ich dann teilweise auch wirklich ein bisschen ätzend fand, ähm, ist, dass diese ganze Figur nur wirkt wie ein, in Anführungszeichen, Charakter, der auch nur existiert in diesem Film, um entweder Gewalt zu erfahren oder Gewalt auszuüben. Und, und der Film stellt diese Figur auf so ein moralisches Podest, was ja okay ist, aber selbst anderen Sklaven gegenüber verhält er sich halt teilweise, wo ich denke, ey, das kannst du nicht bringen. Dieses, dieses, diese moralische Überlegenheit lässt er ständig raushängen. Ja. Er weiß immer, wie es funktioniert, er weiß es immer besser, ähm, und dann gibt's natürlich ein, zwei Szenen, ich will jetzt nicht ins Detail, aber wo er klar ist, hätte jetzt, äh, der eine Sklave auf Peter gehört, wäre er vielleicht noch am Leben. Aber, ne, das ist, und das wiederholt sich so ständig, ähm, und ich habe auch, glaube ich, äh, ich hab's, äh, in meiner Kritik bei Movie Break, ähm, auch geschrieben, ähm, es wirkt auf mich teilweise so, dass dieser Peter eine Art Jesus ist. Und das, äh, das passt für mich irgendwie nicht. Oder, 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 um es anders auszudrücken, ich finde, dieser Peter hat nichts Menschliches. Und natürlich kann man argumentieren, der hat nichts Menschliches, weil er all die Jahre in der Sklaverei wahrscheinlich seine Menschlichkeit verloren hat. Aber dann zeigt mir das doch, dann erklärt mir das doch genau. Ja, aber schick den nicht einfach durch den Sumpf für zwei Stunden und, äh, lässt ihn, lässt ihn einfach, äh, teilweise wie ein riesengroßes Arschloch agieren und, äh, sagt mir dann so, ja, äh, wenn du es nicht raffst, bist du selbst schuld. Ja, ne, also, da, ich verstehe schon, was du meinst. Ich sehe das auch so ein bisschen, äh, in dem, was ich gerade meinte halt, dass du, dass du irgendwie Stilistiken hast, die nicht zusammenpassen, weil zum einen, äh, wie du schon sagst, wirkt die Figur nicht wie ein greifbarer Mensch. Und zum anderen hat er dann aber unter seinesgleichen so, so was Hoffnungsvolles, was ja auch stets in die religiöse Kerbe schlägt, wo ich mich dann frage, wo kommt dieses Fundament dafür her? Also, war, war, war der in einem früheren Leben irgendwie Mönch oder, oder sonst was? Also, diese ständige Gerede von, ach ja, Gott, Gott hat einen Plan und was weiß ich, das, das hatte für mich kein Fundament und dadurch wirkte das so, ja, so gezwungen und das ist auch was, ähm, was ich schon bei früheren, dieser, dieser krampfig, äh, auf Seriosität gebürsteten Will Smith-Filme immer wieder, äh, als Problem für mich empfunden habe, ob es jetzt irgendwie das Streben nach Glück war oder, oder ganz schlimm auch sieben Leben, an sieben Leben hat der mich auch teilweise erinnert. Und da ist der eigentlich auch ein Arschloch, der, äh, dir irgendwie als, als, als Messias oder als Prophet verkauft werden soll. Hm. Das, also, da ganz unangenehme Parallelen. Und das ist, und das ist eigentlich echt schade, weil, wie gesagt, der Film an sich von der Geschichte her und das, was er aussagt, ist halt wirklich toll, ne? Ähm, also, der hat schon eine ganz klare Anti-Sklaven-Heile natürlich, alles andere, sonst hätte er bin ich zugeschlagen, ist klar, ne? Wilson bespielt in einem Pro-Sklaven-Film, das wäre jetzt auch noch gewesen. Ja, das wäre, das, das wäre ein Comeback gewesen. Und dann noch unter Antoine Fouca, ja. Ja, ähm, also, handwerklich muss man sagen, ist das, ist das schon gut. Ich, ich muss auch zugeben, so die ersten Minuten, wo er dann ja größtenteils da, äh, gezeigt wird, wie sie da irgendwie, äh, eine Eisenbahnstrecke zusammen montieren. Ähm, da war ich schon so ein bisschen, weil, so, da hat ja zum Beispiel auch Steven Ork ne, ne, äh, kleine Rolle. Ja, übrigens seine erste Kinorolle. Echt? Mhm, der hat früher nur Videospiele und Serien gemacht. Übrigens, wer jetzt nicht weiß, Steven Ork ist Trevor aus GTA. Ja. Oder, äh, ein Revolverheld in Westworld. Und, äh, also, da, da war ich noch so ein bisschen, weil dieses, dieses Color-Grading, das hat mich da noch so ein bisschen reingezogen und ich fand die Kamera von Robert Richardson, die, die gleitet wirklich so, so schwebend über die Szenarien, über die Felder, über dieses, äh, dann später die Sümpfe und so weiter. Also, die, die Kamera ist großartig. Die ist wirklich richtig, richtig großartig. Ähm, und auch so das Sounddesign fand ich auch gut in der Wildnis so von wegen, dass du immer hörst, oh, da, äh, da hört ihr die Hundebellen, oh, da kommt die Gefahr näher. Und dann hört ihr aber gleichzeitig immer wieder die Kanonen von, äh, von Lincolns Truppen, die ihm dann irgendwie auch wieder neue Hoffnung geben und ihn antreiben. Das fand ich tatsächlich noch ganz gelungen. Ja, ähm, weil ich ja auch sagen muss, ähm, dass im Grunde seines Herzens ist Emancipation, glaub ich, wirklich ein Genrefilm. Ja. Also, es gibt da wirklich Momente, die haben mich an, ja, Sachen wie Rambo erinnert oder die letzten Amerikaner. Und ich mein, das ist nicht abwertend. Ähm, weil, ähm, da dadurch das auch spannende Szenen drin sind, wenn er dadurch, wie du schon sagtest, nur durch den Sumpf wartet und auf den Hinten hast du dann, also hinter ihm halt diese Hunde und vor ihm die Kanonen, die ihm Hoffnung geben. Ähm, aber die machen nicht so richtig was draus, wie ich finde. Ja. Ja, und es wirkt auch so episodenhaft. Er hat mich auch, ähm, weil das, also, das kann man auch, glaub ich, ins Spiel bringen, weil du jetzt meintest Genre. Äh, hast du auch das Gefühl, dass sie hier in die Richtung auch von The Revenant geschielt haben? Ja, durchaus. Und ich bin, ich bin tatsächlich nicht der größte Revenant-Fan, aber The Revenant, der, der hat halt so noch richtig so Bums und Bums, ja, hinter seinen Bildern und hinter seinen Geschichten, ja. Mhm. Das hast du hier halt nicht. Es gibt ja auch, äh, ich glaub, das kann man verraten, das wurde ja auch schon, glaub ich, ich weiß gar nicht, ob es im Trailer drin war, aber es wurde halt, äh, schon in der Promotion verraten, es gibt halt einen Kampf zwischen Will Smith und einem Indigator. Oh, weia. Ja. Und, ähm, der Kampf Leonardo DiCaprio gegen den Bär ist super. Der ist intensiv, du fieberst mit, dir tut, dir tut der arme, äh, wirst du schon sagen, der arme Bär, der arme DiCaprio leid, ja. Der arme Bär hat nicht den Oscar bekommen. Warum? Ja. Das hatte man damals erwartet, dass der noch reinkommt und Leo den Oscar wegnimmt. Ja, gut. Und dieser Kampf gegen den Alligator, ich muss sagen, das ist ja auch viel so eine Sache, da wussten sie irgendwie, zumindest von meiner Perspektive aus nicht, wollen wir jetzt mal richtig genremäßig abgehen oder wollen wir jetzt wirklich immer noch ernst bleiben? Ja. Weil dann wird der halt eben so gecatcht vom, vom, äh, Alligator und so unter Wasser gezogen und dann gibt's halt diesen Kampf und das, das Problem ist, als Genre ist es nicht gut genug inszeniert, da ist er zu nüchtern inszeniert und als Drama wirkt es halt wie so ein Fremdkörper, diese Inszenierung dieses Kampfes. Ja, total. Also da merkst du auch, dass sie handwerklich nicht so recht wussten, wie sie das umsetzen sollten. Das wirkte irgendwie unbeholfen auf mich und wie du es jetzt auch schon sagst, also ja, es ist, wir landen im Grunde genommen eigentlich, also merke ich jetzt so im Verlauf des Gesprächs, der sitzt überall zwischen den Stühlen der Film. Der ist nicht richtig Genrefilm, der ist nicht wirklich Historienfilm, der ist der, ja, der natürlich, klar, er ist ein Drama, aber, äh, ja, der funktioniert eigentlich nicht, nicht so wirklich als irgendwas. Das, das ist das Problem, es ist, es ist dadurch kein wirklich durch und durch schlechter Film, aber, ja, auf eine gewisse Art ist er auch irgendwo unentschlossen. Ich glaube tatsächlich, es hätte mir auch gefallen, einfach mal zu sagen, okay, wisst ihr was, wir haben diese wahre Geschichte, wir machen einen Film, äh, der für die, äh, für die, auch den, die drehen wir auch für den wahren Peter, also wir setzen dem Mann ein Denkmal und das tun wir mit einem Genrefilm. Fände ich, glaube ich, ziemlich geil. Also, kann man ja machen, ne? Ja, das haben sie aber nicht hingekriegt. Das ist, das ist, das ist das große Problem, ähm, das hatte ich nämlich jetzt auch nochmal in Recherche gelesen zu dem, äh, Whipped Peter, äh, Foto. Äh, da kann man ja jetzt auch nochmal den, den Bogen schlagen. Ähm, bei dem ist nämlich, also klar, es ist weltbekannt und, und ging um die Welt alles mögliche, aber es hat sich nie jemand wirklich für die Person dahinter interessiert, sondern immer nur, äh, die, die, die Symbolik und da gab's dann ja auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, hab ich in Wikipedia gelesen, Zitate aus, aus damaligen Publikationen von wegen, ja, das ist halt einfach nur ein, äh, hier jetzt bitte das berühmte N-Wort einführen, äh, einfügen. Ähm, ähm, und, äh, also, man, man hat sich immer nur für, für die Symbolträchtigkeit interessiert und nie für die Person, die da sitzt oder dessen, äh, Geschichte. Und das hätte der Film ja eigentlich sein können. Und das ist ja aber einfach. Aber er macht's ja genauso, ne? Ja. Also, er macht's ja genauso. Er interessiert sich für die Ikonografie, aber nicht für die Person dahinter. Ja. Richtig, das stimmt schon. Und zum Ende hin ist das Bezeichnendste für mich, klar, wir haben eine tolle Kamera und dieses Color Grading hat für mich manchmal auch in Teilen was. Zumindest in der ersten Hälfte. Aber, seien wir mal ehrlich, das stärkste Bild des Films ist wirklich da, wo sie dieses Foto nachstellen. Also, sonst ist mir nichts im Kopf geblieben. Ja, also, das ist wirklich, auch für mich war es die beste Szene des ganzen Films, weil er dann so halt drapiert wird und erkennt, und, äh, da, da fand ich auch Will Smith wirklich großartig. Ja. Weil, man muss sich ja klar machen, er wurde noch nie fotografiert, weil Fotografie war damals ja auch noch eine relativ neue Erfindung. Und man sieht ihm an, dass er dem Ganzen misstraut. Also, er, 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 er macht zwar mit, aber man sieht ihm an und man spürt es auch irgendwie von seiner Darstellung her, dass er jetzt echt auch, ja, also, es ist ja keine Figur, die Angst zeigt, aber dass er echt sich unwohl fühlt. Und auch, wenn sie ihm dann so, ähm, Anweisungen geben, so von wegen, mach den Arm hier hin und dann ihn so leicht lenken wollen und er sagt so, don't touch me. Und das kann man alles nachvollziehen. Das ist die stärkste Szene des ganzen Films. Mhm. Definitiv. Ja, aber das ist trotzdem das, ja. Es ist, für mich ist es nach hinten raus wirklich bezeichnend gewesen. Weil das, das ist das, was bei dir haften bleibt. Und ja, gut, Will Smith dann vielleicht auch in der Szene, man muss ja, man muss ja sagen, Will Smith spielt ja nicht schlecht. Der Mann muss ja auch keinem mehr was beweisen. Aber ich, ich find's auch irgendwo, ähm, ja, bezeichnend, kann ich nur noch mal sagen, dass dieser Film trotz aller guten Ambitionen gerade halt wieder von den Kinderkrankheiten befallen wird, die ich immer bei Will Smith-Filmen im Dramagenre gesehen hab, beziehungsweise seinen Rollen da drin. Das zieht sich für mich wie so ein roter Faden durch, von, äh, von sowas wie sieben Leben bis hierhin. Was ich mich ja frage, ähm, und ich hab jetzt auch viel auf den Film draufgehauen. Und ich find die nicht gut, aber ich find, das ist jetzt auch keine Vollkatastrophe, ne? Ja. Ähm, aber, ähm, Apple hat, glaub ich, 130 Millionen bezahlt für die Rechte. Mhm. Vor dem Slap. Und dann war ja lange unklar, was machen die mit dem Film? Und dann wurde die relativ zügig, die Weltpremiere ja vor ein paar Wochen abgehalten. Und da hieß es ja, boah, Standing Ovations und, ähm, toller Film. Und dann haben sie ja sich entschieden, den doch noch im, jetzt im Dezember halt zu veröffentlichen global. Mhm. Und ich frage mich gerade, ob meine Sicht auf den Film vielleicht ein bisschen netter wäre, um es mal so auszudrücken, wenn nicht vorher dieses Ganze drumherum gewesen wäre. Ja. Ähm, es, ich, 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 also, ich versuche natürlich, die ganze Sache mit Will Smith, Oscars-Slab, dann diese Premiere irgendwie auch auszublenden, weil das hat ja an und für sich nichts mit dem Film zu tun. Ähm, aber es fällt unglaublich schwer. Und nicht falsch verstehen, mir tut ja Will Smith, oder mir tat Will Smith auch lange Zeit echt ein bisschen leid. Ich sag nicht, dass, was er gemacht hat bei den Oscars, dass das gerechtfertigt war. Gott bewahre. Ja, und der hat auch die zehn Jahre Hausverwurz, ich mein ganz ehrlich, die Oscars. Du bist ein Hollywood-Star und darfst zehn Jahre lang nicht zu den Oscars gehen, ist ein Geschenk. Ja, wir haben die letzten Verleihungen gesehen. Ja, also, wo ist das eine Strafe? Okay. Ja. Ähm, aber so die letzten, oder die letzten Monate, da wurde der immer so zu einer Person und Grata stilisiert, wo ich denke, ja, er hat echt Scheiße gebaut mit dieser, mit dieser, äh, dieser Gesichtsklatsche gegen Chris Rock. Aber was, was wollte er denn noch? Ich mein, der war ja fast, äh, die haben ja für mich ihn schon totgeschrieben, die, die Presse. Ja. Ähm, ich weiß nur nicht, ob Emancipation so der Film ist, mit dem er jetzt so groß zurückkommt. Stehst, was ich meine? Ja, ja. Vielleicht, vielleicht wäre ein Film intelligenter gewesen, nicht besser, aber vielleicht intelligenter gewesen, wo Will Smith halt wieder Will Smith Sachen macht, so blöd es klingt. Ja, ja, so, ähm, Men in Black 4 vielleicht, oder so, oder Independence Day 3, wo er dann wiederkommt. Äh, ach nee, Roland Emmerich hat ja auch keinen Bock mehr. Äh, ja, vielleicht, vielleicht einmal einen Film, womit Will Smith den Leuten nochmal klar macht, dass sie ja auch früher richtig gute Stunden mit ihm hatten. Also, das klingt jetzt auch irgendwie falsch, aber, ne? Ähm. Ja, dass es auch schöne Zeiten gab. Ja. Genau. Und stattdessen jetzt dieses ausgestellte Leiden, was er dann ja auch mit The Revenant gemeinsam hat, ne? Äh, auf der anderen Seite hat er sich vielleicht sogar gedacht, dass das sein Trumpf ist von wegen, ah, scheiße, jetzt ist mein Ruf irgendwie ein bisschen angekratzt, aber, ah, ich hab ja noch diesen mega geilen, äh, hier dieses, dieses Sklaven-Drama in petto, das haben wir letzte Woche abgedreht und, ja, damit bin ich wieder obenauf. Aber es ist, wenn man's rückblickend betrachtet, äh, schon irgendwie lustig und auch ein bisschen ironisch. Ich meine, äh, Will Smith ist kein Geheimnis, wollte eben einen Oscar haben, wie, glaub ich, fast jeder Hollywood-Darsteller oder Darstellerin, ne? Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Äh, selbst ich hätte gern einen Oscar. Ähm. Du wahrscheinlich auch. Ach ja, warum nicht? Warum nicht? Für eine Türstopper. Ja, ja. Und, ähm, dann hat er diesen einen Film in der Mach, Emancipation, und da ist er sicher, okay, damit hab ich wirklich gute Chancen. Und dann kriegt er ihn für King Richard, der, glaub ich, im Vergleich zum Emancipation fast, fast schon eine Independent-Produktion war. Und dann bekommt er den Oscar, und, und dann macht er alles kaputt mit diesem Slap, und dann kommt der nächste Emancipation, weil, ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, wenn es diesen Slap nicht gegeben hätte, hätte das so was werden können, wie damals bei Tom Hanks. Erster Oscar für Philadelphia, nächstes Jahr für Oscar. Mh, ja. Also, weil ich, ich glaube schon, dass Emancipation ein Film ist, der von der Oscar-Jury gerne berücksichtigt werden würde, aber ist halt nicht, also, klar, sie können es tun, aber ich glaube nicht, dass ich es mache, aber es hatten wir alles schon. Ja, das wär jetzt so die Frage zum Abschluss halt, ne, ob, ob, also wir hatten's ja, du hattest ja, glaube ich, auch schon erwähnt, er kann, er kann ja nominiert werden, er kann auch ausgezeichnet werden, aber er darf das Kodak-Theater nicht betreten. Und er ist ja ja auch aus der Academy geflogen, oder? Nee, nee, er hat sich freiwillig zurückgezogen, glaub ich, ne? Ja, genau, ja. Ja. Aber eine Frage, eine, eine Frage noch an Filmen für sich. Ja. Er wurde ja eingekauft, das heißt, er ist nicht, äh, für Apple, äh, also Apple hat nicht den Auftrag gegeben. Hm. Jetzt haben wir beide ihn ja vermutlich nur auf dem Fernseher oder auf dem Screen, ähm, Screen geguckt, ähm, und den USA lief er ja im Kino. Glaubst du, dass der auf der großen Leinwand besser wirkt? Weil ich hatte für mich das Gefühl, das ist kein Film, der die große Leinwand wirklich braucht. Nee, würde ich nicht sagen. Weil er hat, äh, da kommen wir halt wieder, wieder zu dem Foto zurück, das ist halt, das ist das stärkste Bild, der ist zwar gut gefilmt und, wie gesagt, Robert Richardson, aber so wirklich Leinwandwucht hat er einfach nicht, finde ich. Ja. Also ich meine, gut, hier in Deutschland kommt er eh nicht ins Kino, aber er ist jetzt, also, diese Art von Filmen ist jetzt auf dem Streamingdienst gar nicht mal so schlecht aufgehoben, muss man leider sagen. Und das ist schon irgendwo auch eine traurige Erkenntnis irgendwo. Und es ist Apple, das heißt, die meisten werden es eh nicht gucken, weil sie es nicht haben. Ja. Ja, ich, ich bin ja, äh, dafür an der Stelle dankbar für den Screener, weil ich hab ja gar keine Apple. Ich auch nicht, ich auch nicht, ich auch nicht. Ja, wunderbar. Wir beide keine Kreditkarte haben. Böse Apple. Genau, böse. Ja, das schneiden wir raus. Äh, ja, ich, äh, würde sagen, ich weiß nicht, hast du noch was zum Filmen, sonst würde ich sagen, äh, emanzipieren wir uns, äh, von diesem Geld. Ja, also, was ich noch nochmal, äh, sagen will, ist, das klingt jetzt alles, was ich zumindest gesagt habe, so als würde ich den Film abgrundtief hassen, das tue ich nicht. Das ist für mich kein guter Film. Ich würde sagen, es ist ein uninteressanter Film. Ähm, aber wenn euch die Geschichte interessiert, wenn ihr Fan von Will Smith seid oder ihr einfach jeden Film gucken wollt, den Antoine Fuqua jemals gemacht hat, dann, äh, gibt es schlimmere Filme, die beide gedreht haben. Oh, ja. Die Antoine Fuqua. Ähm, und ich bin eigentlich, ich mag Fuqua, muss man dazu sagen. Also, ich, ne, also, wie gesagt, der ist ein richtig guter Handwerker. Ähm, ich glaube, was man jetzt in den knapp 30 Minuten jetzt hier gehört hat, ist, dass weder du, lieber Dominik, noch ich jetzt den so toll fanden, ähm, aber ich bin mir sicher, der wird auch seine Fans finden, denn das ist ja, dass die Weltpremiere ja so ein großer Hit war, ist ja klar, ähm, vielleicht versucht ihr, so gut es geht, einfach die Oscars-Lab zu vergessen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Viel Erfolg damit. Ja, und dann würde ich überleiten zu meiner, zu meiner, zu meiner Verabschiedung und würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, äh, und Dominik, äh, du bist zwar der Moderator, aber ich sag's jetzt trotzdem, dir gebührt das letzte Wort. Oh Gott, wie schön. Ich darf mich emanzipieren. Ja, nee, also, du hast ja eigentlich schon alles, äh, Nötige gesagt, das ist, es ist weder ein, ein, äh, wirklich schlechter Film noch, äh, irgendwie ein Meisterwerk oder sonst was, es ist halt ein, irgendwo ist es auch ein filmischer Zwitter, so ein bisschen, der kann sich nicht so richtig entscheiden. Ein Stück weit ist er auch ne, ne, versuchter Hybrid aus Twelve Years a Slave und The Revenant, so ein bisschen, äh, funktioniert aber als beides nicht so richtig und, ja, fühlt sich auch so, so, so bemüht an. Bemüht ist auch ein Wort, was, was mir in den Sinn kommt bei dem, äh, trotz der kompetenten Inszenierung. Man kann sich ihn ansehen, er tut jetzt nicht, ja gut, er hat teilweise schon unangenehme Szenen und er hat auch seine Momente, so ist es nicht, äh, wobei man aus der Ben-Foster-Figur noch viel mehr hätte machen können. Ansonsten, ja, kann man sich ansehen, es ist jetzt nicht das Riesentrauerspiel, dass er nicht ins Kino gekommen ist. Ihr könnt uns aber natürlich gerne schreiben, wenn der Film für euch, äh, deutlich besser war, äh, und wir, äh, ihn einfach nicht verstanden haben, kann ja auch sein, vielleicht sind wir auch nicht, äh, gut christlich genug dafür, keine Ahnung. Äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare beim YouTube-Upload oder ganz altmodisch, äh, über unsere Seite tele-stammtisch.de, da würden wir uns sehr freuen, ebenso würden wir uns freuen über eine positive Bewertung, wenn euch insgesamt gefällt, was wir hier machen und warum kriegen wir dies, du? Weil wir es verdient haben. Ach, endlich mal, ja, und weil Weihnachten ist, so. Genau, Weihnachten. Äh, oder Adventszeit jetzt noch, genau. Und, äh, damit würde ich sagen, äh, klinken wir uns aus, ja, und bis demnächst, schöne Adventszeit, macht es jut. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Applaus